ich habe keine ahnung warum noch mal appell ist ja wegen auf jeden fall wegen dem was ich im letzten bad gemacht habe aber doppel appell keine ahnung warum genau ich hoffe ich werde nicht noch mal angegriffen vielleicht habe ich die kartoffeln geschehen dann werde ich noch mal aufgeschlagen weil ich der spieler bin der einzige der eine der zählt passt ganz gut es gibt den einen aus den kommentaren und der eine der zählt los wir müssen in die zelle also du und deine ich meine 80% ok es hat eine abklinge zahle mal wollte ich denn hier auf dem mal weiß nicht was cooles holen also dafür muss es ja eigentlich auf das mal geben aber andererseits hier immer den pümpel ich wäre gern dann kommen dann müsste ich euch loser nicht mal sehen einfach mal schenken ich brauche die schweiß kann zu haben auch wenn die dich nicht so sehr freuen wird kleber kleber glaube ich auch nicht dass ich ihn brauchen werde deswegen hier ach so ist schon dann warte mal wahl 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 nehme ich mit so okay wir sind cool dann gib mal deine quest her oh und den energy twink auch ja das ding ist ich darf hier auch alles neu machen mit den laken von hier bis hier dann noch das ganze andere da oben ja bro aus den kommentaren ich denke da kann sich vorstellen wie ich darüber denke aber ich dachte halt es kommt eine cutscene ich war mir nicht sicher erklärt das ja würd ich gern ok leute wurden zusammengeschlagen also wenn das spieler wenn die in 1 erft aber die kai nicht in 1 erft was gut ist weil naja macht zwar so keinen sinn aber andererseits die kai in 1 erft die ja wobei hätte man doch bestimmt einbauen können oder ich meine bei der technik und so vielleicht einfach gespart worden ist ja das ist eine frech halt weil ich wusste gar nicht wer von euch wo schläft von den zellen genauschen so jetzt mache ich das aber richtig was heißt ich braun roten schlüssel und ähm warte dann halt bis die appell dings durch ist du 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 seife von dem schreibtisch holen also äh weißt du was äh ganz vergessen äh ne äh ich wusste ich nicht annehmen sollen so zahnbasser gut dann das hier noch ich habe meine superkleidung allerdings verloren aber ich habe noch einen hammer ich nutzen kann aber ich nutze ja den metallschlag so 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 schilling kann ich mal aufwerten ne glaub ich hat einer aus den kommentaren mal geschrieben erneute props hehehe aber was brauche ich dafür nochmal brauche ich doch irgendetwas ne verbesserter achso genau das energiemodul ja so easy auch nicht na scheiß auf sportseite ich mach mir nen energiemodul lieber so opa ja ich könnte hier auch kurz hingehen ich habe keinen Bock auf scheiß sportseite ich lass das einfach brauche ich noch was klebeband jaa ich hatte klebeband habe ich immer noch klebeband aber nicht mehr so viel wie vorher naja das war ein dummer escape versucht aber naja ich war mir nicht mehr sicher ob eine cutscene kommt jetzt weiß ich es immerhin immerhin so ich brauche neue kleidung auch egal eigentlich sollte das so funktionieren ich lege allerdings das plastik erstmal ab und guck mal wo unser zielperson ist achja ich muss hier alle noch mal neu weghauen glaube ich zertabdudeln aber ich glaube das kann abklingt so ja ne muss ich nicht ok hm haben die das irgendwann geändert ich erinnere mich daran dass wenn Verriegelung war dass ich den neu zertabdudeln muss aber warte mal ich brauche ja nur einen roten Schlüssel um den Strom abzustrahlen ne ja eigentlich ja ich weiß nicht wo der ist mit dem Rundschlüssel ich weiß nicht wo der ist mit dem Rundschlüssel ich weiß dass das nicht der ist der mir verfolgt kann ich dann die zelle vielleicht locken in die eigene oh eckless das problem ist nur der folgt mir immer noch ja ich will nicht zwei auf einmal erledigen hier ich guck mal wie ich ihm folgen kann am besten ja wo ist seine Routine ey das passt mir nicht wegen dem Sniper das ist nicht gut kann ich das irgendwie blocken Body blocken oder so oder einfach mit dem reden oder so dass er mir folgt oder so oh shit ich war nicht drinnen ich dachte ich wär dringereden bei frühstückzeit so ja das problem ist halt auch es ist egal wo ich den eigentlich K.O. schlage ne ja egal ich geh vor Ort ich hab jetzt ein ge ach shit ich hab keine Klebeband ne ja scheiße aber ich muss die mitnehmen die beiden genau kann mit eckless also der eine folgt mir ja leider sowieso ein eckless hätte ich gern mit dabei ja ist ok nimm weiter wird gebannt ups zwei falsche wieso jetzt einfach vier Leute sind die mich schlagen wollen ich weiß gar nicht was ich gemacht haben soll echt so sei ich hoffe ich hab die Zeit hier in meinen Pool zu gehen ganz fix und wär das nein Junge manchmal bist du blöd geleg meine Fresse das ist auch noch der falsche der hier ist natürlich ey außerdem was hab ich über meine Zelle gegen gesagt ich glaub du einen berechtigten Grund dafür hast es gibt dafür keine berechtigten Gründe so siehts nämlich aus es gibt keine Gründe warum irgendwer mal in die Zelle gehen sollte ich weiß auch nicht wo jetzt dieser eckles Typ ist ey um den gehts mir ey was oh da bist du ja komm komm los hierher komm 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 doch ich bin hier ja ich weiß bessere Vorbereitung wer angebracht hat was egal ich brauche nicht lange wenn Glick mal mitspielen würde aber anscheinend spielt der gerade idioten Simulator man muss sich idioten Simulator spielen du bist ein Idiot Glick meine Fresse hebt da sind die scheiße auf ey wenn der Müll wenn er äh wenn er sich selber verpfeifen könnte wird auch noch ah jetzt kommt der eine hier und wirf mich losgehen ja so Kili Junge wenn mein Schlüssel weg ist Junge ich töte dich Heili oder wie auch immer du heißt mit deinem hässlichen Zopf immer diese Kinder ey die einen auf hart machen müssen ey oder was heißt Kinder aber ja da kommt's mehr drüber wenn einer so einen auf Möchte gern hart machen muss ey kann ich halt einfach nicht für voll nehmen die Leute genauso wie den der da meine Zelle geben wollte Missy ey so genauso wie du achso ich glaube ich werde auch noch gesucht genau ist okay ja scheiße ist hier irgendwo Medikit natürlich nicht äh ich höre doch mal jetzt ich höre zu ich höre zu okay blocken zuhauen zuhauen und zuhauen gut oh scheiße nein das ist ach man ey ich bin so gecurved gerade ne es muss natürlich Appellzeit sein ne ich hasse diese Routine manchmal ich weiß nicht ob das die schlimmste Routine von allen ist ey we talk ich war noch nicht mal ja genau wegen dem 1mm Entwickler aber mit aber schön einem Deko im Weg stellen ey da sind die Millimeter nicht wichtig Hauptsache da stehen weiterer Busch wo man rein laufen kann im Gefängnis Halleluja Mann ey ich hasse den Weg ich hoffe mein Hund wird nicht von meinem Rätschen genervt das ist eigentlich Schlafenszeit für meinen Boy deswegen ich will keinen Fußstapfen von irgendwem drehen falls der mich gemeint hat der Sonny ich hab nicht ich hab nur halb zugehört und das merkt sich ihm ihr zuhören warte warte mal bist du das nicht gewesen Healy haben wir noch einen mit Zopf bist du ja du kannst auch gewesen sein lol das sind noch nicht mal wer gesehen naja und ich geh jetzt noch mal rein und hau den Healy K.O. ich dribbel den einfach aus den einen Guard der das gesehen hat ich weiß nicht ob die anderen das juckt na komm halt her naja sah so aus als wird der auf mich losgehen hier hast du so ich hab dich im Auge was meinst du denn ich mach doch gar nix ich weiß gar nicht was du meinst ähm wo ist denn hier äh Healy hier ist Healy na nice ich will nur Healy K.O. schlagen weiß ich ob ich weggesnipet werde deswegen geht die Runde an den auf jeden Fall ich werde jetzt auf jeden Fall weggesnipet werden aber ist mir egal ich werde die hier trotzdem noch K.O. hauen unsere Durchzeit Chavis oh Healy du gehst mit mir down du Arsch das hab ich nicht vergessen ey nein das muss ich weh wenn ich gegen den Elektrozaun gerannt wäre na jetzt hätte ich mehr gefeiert als den Schlagstock dann doch lieber eine elektrische elektrische Ladung wäre mir lieber gewesen dann hätte mich wenigstens der Zaun fertig gemacht und nicht der Guard weil im Zaun gönne ich mehr als den Guard wenn mich wer fertig macht dann hab ich den Zaun vielleicht hört ich jetzt nicht zu laut sagen egal ich werde jetzt Healy das Leben zur Hölle machen bevor ich gehe dann fangen wir grad an ja Miskie jetzt tue ich so als wäre ich einfach die ganze Zeit hier geschlafen wir sehen uns beim nächsten Part wieder es wird der